Wie ist das Gelände des alten Schlachthofes in Weimar? Wir sind hier auf dem Gelände des alten Schlachthofes in Weimar. Und dieses Gelände wird seit einigen Jahren, wie man so schön sagt, entwickelt und wird so zurückgegeben. Den Nutzern gibt es verschiedene Konzepte. Und der Zustand, in dem sich dieses Gebäude in seinem Inneren befindet, finden wir genau richtig für unsere Auftragsveranstaltung. Wenn wir sagen, Dante, Hölle, Inferno, darum soll es gehen, dann können wir uns das nicht gut vorstellen auf gepolsterten Sesseln in einem Kino oder in einer ganz normalen Konzerthalle. Sondern es ist genau das, was wir sehr spannend finden. Wir steigen hinab mit unseren Künstlern und unserem Publikum. Da plötzlich, fast noch am Beginn der Anhöhe, eine Pantherkanze, sehr geschmeidig und flink, die mit gefleckten Fell bedeckt war und ging mir nicht mehr vor dem Gesicht weg, verstellte mir vielmehr derart den Weg, dass ich mich unverwandt zur Umkehr wandelt. Es war die Zeit beim Anbruch des Morgens und die Sonne stieg auf in den Sternen, die mit ihr waren, als die göttliche Liebe, die schönen Dinge zum ersten Mal bewegt. Wir gehen hier in die Hölle hinab mit dem 19. Jahrhundert. Wir haben als Kommentar Franz Liszt und so wie auf unserem Programmheft am Anfang zu sehen ist, Doré aus den letzten Gesängen, diese Abbildung, wie Dante ins Licht geht mit Beatrice, so geht am Anfang Dante mit Vergil hinab. Und darum steht dort auch dieses Blatt von Doré, der ja Liszt auch gekannt hat, wie Vergil und er hinabsteigen. So, das ist der erste Block. So nähern wir uns. Dann geht es nach Arnstadt in die Zeit von Dante mit diesem Raum, mit der Musik der Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, und jetzt geht es ins Paradies. Wie machen wir das? Wie ist das für ein Paradies? Das ist für uns alle Futur und haben eben wirklich diese, kann man sagen, diese große Freude, aber auch Anstrengung, dass eine Komponistin ein Werk, was in Teilen schon vorhanden war, für uns zu Ende geschrieben hat. Und das wird am Sonnabend im Erfurter Hohen Chor uraufgeführt. Da haben wir gesagt, jetzt muss auch nochmal wirklich ein bisschen Leichtigkeit in das Ganze. Und da haben eben zu unserer Riesenfreude die Kingsingers aus England sich anregen lassen davon, dass Dante im Mittelpunkt steht. Und sie beginnen mit Gesängen, die sich anschließen. Die beginnende Mehrstimmigkeit, die frühe Mehrstimmigkeit. Zu Dantes Zeit war die meiste Musik noch einstimmig. Die Mehrstimmigkeit entsteht erst. Also mehrstimmige, frühe Motetten, Madrigale, bis hin in unsere Zeit. Wir versuchen, unser Publikum mitzunehmen und ihnen etwas zuzumuten. Und das ist für mich auch der Festspielgedanke, dass sie sagen, Festspiele sind dazu da, dass man eine Sache vertieft. Und dazu gehört, dass unser Publikum in den meisten Fällen wirklich sagt, wir kommen Freitagabend und bleiben bis Sonntagmittag. Wir gehen diesen Weg mit. Wir gehen einfach mit auf den Weg und genießen auch natürlich die Nähe, dass alles nicht so riesig ist. Kein großes Festspielhaus wie in Salzburg, sondern alles ist klein und intim. Ich wünsche mir, dass wir das weitermachen können, dass die Möglichkeiten weiter da sind, die Menschen weiterströmen und sagen, auch das ist wichtig.